Glückwunsch meine Freunde und herzlich willkommen zu Let's Play bzw. Let's Live Stream Es fort, habe ich schon sehr lange gesagt, mit Facecam, hallo übrigens Dabei ist der das Q, den ich hoffte, dass man den hört Und ja, wir machen alle SDs, da heute Doppel-Drop-Chance ist Völle, Untergrundlabor, let's go Okay, geht los, schreibe ich So, hoffen wir, dass die jetzt nicht gerade irgendwas machen Ja, siehste, da habe ich mir irgendwie schon halb vermutet Und man hört mich Yo Yo So, mich hört man auch, gut Und wer steht gerade wieder? Wahrscheinlich Rena Äh Was ist los? Könntest du bitte den Livestream ausmachen oder mindestens Warte, warte Oh, ich habe meinen eigenen an Ups Ja, ich habe keinen an Kommentar Kiri hat einen Bart Ah Ja, ich weiß Ich habe auch schwarze Haare, aber es fällt niemanden auf Ja, ich habe einen Bart Heiße, er muss ja auch sein Bart singen, er ist ein Götzermann Ach ja So, jetzt geht es aber los Yeah, endlich, wuuu Ja, aber ich will den eh apprasieren, nur mal so Muss man sowieso regelmäßig wegen Arbeit und so Und bei dir sowieso ungeschickt als Koch, dann muss sowieso immer Kuppen gepflegt und alles Ja So Let's go Weißt du noch das erste Mal hier, wo wir 20 Mal gestorben sind? Äh, das erste Mal war ich hier Solo drin Ja, aber ich meine, wo wir zusammen gemacht haben da Ja, das weiß ich noch Oh, das war was Aber jetzt haben wir sogar ein paar Leute dabei Und diesmal ist es Hölle und nicht normal Hm Ey, ich habe jetzt schon drei Nasoturbinen Läuft, läuft Läuft bei mir Ne, ist immer gut, das Event kann man jetzt schön ausnutzen Ja Vergiss das mit den Pier-San Was, Amis? Das ist zu klein, dass ich es nicht lesen kann, Moment Vergiss das mit den Pier-Ressen War-Account von Mein Freund, sorry Äh Na, Teamer, ich habe keine Ahnung, was du mir sagen willst Und das war ein Ulti-Skill Hahaha Eiei Das mache ich mal aus Brauchen wir ja nicht unbedingt anzeigen lassen Ähm, so Ich dachte mir einfach mal, weil ich schon öfter sage, dass ich mal gerne einen Livestreamer wieder machen würde Und schon einige gesagt haben, mach doch mal bitte mit, ähm Live Und ich das lang, also mit Facecam hier und ich das sehr lang nicht mehr gemacht habe Dachte ich mir einfach mal, na, wieso mache ich das eigentlich nicht mehr? Tja, dann machen wir das mal, ne? Ja Sehr schön Ah, Haufen Trombinen kriege ich gerade auch, ja Ist schön Ich brauche sie zwar nicht unbedingt, aber okay Ja, man kann sie ja sammeln für die Twinks oder so Ja Äh, die Gewohnheit immer rechts So Was ich irgendwie immer so Panik habe, wenn ich so Livestream mache Ich habe immer so eine ganz böse oder traurige Mimik drauf Im normalen Fall Hm Naja, ich probiere zwar im Livestream hier so ein bisschen meine Mimik auf Yay zu stellen, aber ich denke, das, das wird nichts Das, ich kann es mir irgendwie schon denken, dass das nichts wird Naja Naja, probiere ich einfach mal mich so richtig so mit Gefühlen zu über meinen Mann zu lassen Und, ja Gefühl zu zeigen So Wie ein, wie ein Schauspieler, so Zeigt mir Gefühle Genau So Ach, diese Minibusse Hey, jetzt geht's los Schreibt Jan LP Bist du wirklich Let's Player, Kleiner? Das ist jetzt super, was ich dich kleiner nenne Ich nenne jeden Kleiner Kannst du auch gerne Sedos fragen, den nenne ich auch ab und zu kleiner Ja, obwohl ich jünger älter bin, ne? Also mal so nebenbei Ich müsste eigentlich ständig Senpai genannt werden, aber Hm, muss nicht sein So Und noch einmal Hey Hoi, hoi An Benni So weiter Und nein, Gillian ist kein Let's Player Er will wahrscheinlich einen machen Können dann gerne zusammen mal aufnehmen, wenn du willst Sehr gerne Bin sehr freundlich Zu Jeden neun Ich beiß auch nur ab und zu Und von dem werde ich dich fernhalten Ja, ich muss halt davor was essen, dann bist du in sicherer Seite, aber Wehe ich mir mal hungrig, dann knabber ich deine Finger an Achja, das läuft gar nicht mal so schlecht bisher, ne? Also Keine großartigen Probleme Wir sind Wir sind sehr gut Ja Ja, zwei Achso, ist es euch schon aufgefallen? Ich benutze L-Sport Und der ist Level-Up Ja Das seht ihr aber dann auch in den nächsten paar LP-Folgen Oh, das hab ich doch auch Oh, ich Idiot Das hab ich doch auch in den SDs schon in meinem Ankündigungsvideo gesagt Ist egal, man sieht es jetzt nochmal trotzdem Kannst ja trotzdem erwähnen Und ja LP-Folgen kommen ja auch noch So in dem Sinne Na klar Dann könnt ihr sogar den Moment sehen Na, sehen nicht, aber man kann's hören Ja Jack-Dash-Stream nur bei mir oder bei anderen auch Und hey zu BobTime Hi BobTime, was geht? Jack-Dash-Stream echt? Ich sollte vielleicht ein paar Sachen ausmachen Moment Ich kann ja Ja, das geht auch aus So, mehr kann ich aber nicht ausmachen Es kann sein, dass es Verzögerungen gibt Aber von Lack spüre ich jetzt eigentlich auch nichts Also sehe ich auch nichts Höchstens Verzögerung Kannst du ja mal versuchen bei Twitch-Einstellungen die Wie heißt es jetzt? Qualitätsstufe etwas unterzustellen Vielleicht liegt es daran Zum Beispiel, genau Naja, so wie Deathwingle besiegt hast Werde ich glaube ich noch besser werden müssen Schreibt Ach du bist das Und ich lasse ihn abspielen Ich hab den jetzt ausgemacht Verstehe Vielleicht liegt es daran Müsst ihr mal gucken Viele Zuschauer habe ich jetzt eigentlich Acht bereits Hallo Yacht Hallo Yacht Leute Ja wahrscheinlich kommen noch ein paar dazu Klar So Auf jeden Fall hier läuft es wunderbar Wir haben jetzt gerade noch ein Mittelbosse Jo Sind wahrscheinlich da auf der Ebene Aua, aua, aua Ich wollte jetzt eigentlich nicht mitten in den Dampf da reinfliegen Aber egal Ähm, jetzt schreibt doch nochmal Ob es jetzt immer noch leckt Oder ob es jetzt funktioniert Genau Damit wir das auch mal abschelzen können Ist ja jetzt glaube ich mal ein dritter Livestream Wie ich mache Kann sein Ich glaube, dass es dein dritter ist Ja Keine Ahnung Und ich müsste mir eigentlich mal ein Twitch-Account machen Mit einem Prost Wie nennt man das? Product Placement? Irgendwie, wenn ich was in die Kamera halte und winke Ja, das ist Aber Ja Eigentlich wird vieles darunter verstanden Das beste Getränk auf der Welt Schmeichwobung Es kommt bestimmt dann Bestimmt kommt dann später YouTube an Von wegen Ja, jetzt tun sie da hier Product Placement machen Ja, also das dürfen sie eigentlich nicht hier Keine Panik Ich, ähm, mache nicht über Skype Die machen über TS Über meinen eigenen kleinen TS-Server Yay Also wenn ihr mal so, äh Zufälligerweise von ihm Oder von mir mal hört Äh, Channel Switched Äh, ne Quatsch Äh, also bei dem Lockout Wisst ihr ja schon, was ihr so in TeamSpeak hört Nicht wundern Ja, das ist von uns Alles ist eingefroren Was? Moment Ah, was? Nö, läuft Das Schreiben ist einiges, es leckt Also bei mir, vonst's Warte Jetzt müsste es eingefroren sein Ja Genau Delos, du kümmerst dich um die Kommentare Das liegt an mir Okay Ich switche die ganze Zeit Ach so Ich glaub, es switcht Es lag dann, wenn ich switche, glaub ich Mhm Also, ähm Ich werd ab jetzt nicht mehr switchen Und das Guck mal jetzt einfach mal bis zum Ende des SDs Aufs Funktioniert Alles klar Und du guckst einfach ab und an Mal wegen Kommentare Wenn's okay ist Jo Aber aktuell nix, äh, aktuell ist Hä? Hm Weil ich kann, das ist blöd Dann müsste ich LS LS-Wort nochmal verstellen Und das will ich grad eigentlich nicht Hm Lass dich nämlich den Stream nochmal beenden Eben Ja, mal sehen Vielleicht geht's ja gleich wieder Und ich werd auch gleich dann Nach den Dungeons Das etwas verstellen Also Heyo So machen, dass es Das ich das sehen kann Eh Ich sehen kann dann So, sind wir schon Yes Sind wir ja schon beim Boss Hey, das geht ja schnell hier Vier Minutes Hm Aber schnell ich hatte Quest War geil Ja, grad Mach mal so Was? Vier Minutes Egal Concentration Ja Die wirst du jetzt brauchen Ja, ist schon praktisch Dass wir einen schon mal mit Hyperaktiv hier haben Ja, Quest Ja, hab ich schon mal gedacht Wirst du So Hast du irgendwelche Magie-Skills? Also sie hat sicher Kick Und ich Hab eigentlich nur Magie-Skills Und ich werde dann gleich switchen zu Zum Schwell Ich fällt's nicht ein Wie das Skill heißt Schwertregen? Nein, nicht Schwertregen Das ist ebenfalls physisch Ich meine hier Diesen Skill Wie heißt denn der? Wo man Das ist so ein Angriff Der so nach vorne geht Das ist magisch Flammgeist hier oder Ja, Flammgeist hier wollte ich auch reinmachen Aber den meine ich nicht Egal Ich muss den eh gleich reinmachen Vorsicht Immer aufpassen auf diese Bodenexplosion Die macht ein Auer Hier tut es Ganz böse Vorjährigen Haben ja nicht geleckt Die Live-Skills Daher wundert's mich gerade Hm Ah So Riesischer Panzer Ich zieh mich mal ganz kurz zurück Und ich bin so gut wie tot Ja Jetzt mal Geankreif einsetzen Ja, ja Ähm Flammgeist hier Und Wo ist es? Wo ist es? Schwertschock Ah, Schwertschock, okay Dann hab ich ja gar nicht mehr gedacht, ja Da ist ja auch Magie Und? Ja, etwas zurückziehen am Ende Und dann wieder mit Schwertschock und sowas angreifen Richtig Ja, kann ich grad einfach nicht tun Ja, doch, normal angreifen noch Um MP zu holen Düm, düm Habe ich überhaupt genug Platz im Inventar? Ja Ach so, und hier Typ E-Alterasiendorm Und das Hüpfers Vielen Dank nochmal An Ballack Ah, ich will jetzt keinen Trank mehr einsetzen Tötet ihn Finish him Sehr schön Das war's dann Irgendwas Gutes getrockt? Äh, in der Nasoturbine Schutzbrille GZ Schutzbrille Wow, GZ Nice Sehr schön Wir sind ja öfters hier wahrscheinlich Und Einmal musste ich noch Und dann Unterwelt und so Ja Kannst du mal in den Kommentaren gucken? Natürlich Ähm Also Es lenk nicht ja Das Bild friert oft ein Ton läuft aber weiter Okay Äh, dann hat Benni gemeint Äh, jetzt läuft's Dann Äh Gian Giani LP Das krass ist Dein Freund kann man besser hören als bei dir Und die alten Zeiten waren schön Als man den Boss noch mit folgendem Schwert One-Hit genommen hat Ja Ja Also es funktioniert jetzt Richtig, richtig Dann weiß ich an was es liegt So ist es Ja Wird wahrscheinlich am Switchen sein Was benutzt du für den Browser gerade? Äh, Firefox? Äh, ja Firefox Okay Das kann so nett sein, ja Nein, nein Das liegt daran Dass ich Essort nebenbei Zumache ja dann Also Achso Wie heißt das? Okay Wartet So Moment, es wird kurz nochmal Habe ich noch Platz im Inventar? Muss ich aber auch erstmal gucken Äh, hoffentlich funktioniert das jetzt Und es freest nicht So, ich guck grad wegen meinen Danke Oh, ich hab sogar noch Platz Gut Ähm, ich mach mal kurz den Live-Stream aus Yo 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 Yo